sei froh dass wir uns nicht kennen ich hätte den bein abgebissen ja ich nicht eine sekunde ist all der was ist bei mir keine frechheit ja du hast gerade 10.000 zuschauer ich hatte gerade null ok krass 10 zuschauer doch ich tue zwiemen ich tue zwiemen ausrufen ich warte auf das ne steckt besta danke wow die heißer bestie aber okay ich soll ich nicht schon mal einladen jetzt noch nicht mal an oder er hat noch keine nachricht problem ist er hat so viel account ich habe keine ahnung welcher drin ist boogie dann hat er noch quickscope impact beast wo ist die kuh 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 nico also hier so ich habe einfach alle drei eigentlich irgendwann wird er ja schon drinnen sein so und ich der zeit bei mir nicht an ich hab die warte auf was muss ich dann gehen auf gar nichts ja so hast du doch vorgeschlagen ach so auf spiele einladen so und dann vorgeschlagen genau genau ausrufezeichen ich muss sich anlassen doch das ist ein was macht die kommentare Ist mir zu blöd. Warum schwer, wenn es einfacher geht. Und warum nicht die App nutzen? Bei die Scheiße. Ja, das ist mir aber egal. Ja, aber nicht. Ich hoffe, du bist auch gewärmt. Für was? Für ein Turnier? Für ein Turnier. Na, Fortnite-Turnier. Ja. Oh, musst du immer noch grün öffnen. Mhm. Alter, wie viel musst du öffnen? Eine. Wow. Leute, Prost. Prost, 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 Prost. Es war gerade ganz kurz ein Zuschauer drinnen. Wer hat da gerade bei mir vorbeigeschaut? Wer ergibt sich freiwillig? Und sagt ich. I can see a true. I can see not a true. Im Haus ist der eine. Ach. Die gab dir und ich nur mir eine andere. Da hat er eh nur noch eine. Ein Zuschauer. Hi. Danke, dass du einsteigst. Willkommen zurück. Nee, der kommt ja nicht zurück. Hallo. Oh, ich mach die blaue Challenge. Ich hab zwei blaue Waffen und eine blaue Axt. Bray. Habe mich so beeilt mit dem Essen, bin wieder da. Oha. Tschüss, la. Hamza, warum? Du hast doch sehr viel Zeit. Ich hab den anderen Stream in beendet. Und mach nochmal eine Runde Fortnite. Ey, ich mach keinen. Nein, ich mach keine Challenge hier. Ich hab heute keine Bock auf Challenge. Wer hat das geschrieben? Niemand. Ich sag nur. Nicht, dass jemand sagt einen Challenge oder so. MC Currywurst, hau eine Challenge raus. Komm her, komm her. Ja, komm her. Nein, ich mach keinen Challenge. Das ist ein fucking Ernst. Danke. Das ist ein fucking Ernst. Das ist ein bisschen scheiß. Ich darf jetzt niemals leben. Ich wollte nichts verpasst vom besten Spieler. Wollte nichts verpasst vom besten Spieler. Oh, danke. Danke, thank you. Paola, lass in die Zunge. Warte. Alles gut, alles gut. Er hat's einfach schon 200 Leben. Das sagt mir nichts. Ey, dafür kann ich auch nichts. Ja? Doch, kannst du. Er hofft zu heulen, eh. Nice. 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 Gleich kommt Sperrung wegen. Ein Spruch geklaut. Hä, wieso? So viele Leute benutzen den, eh. Ist so. Und dann kriegen wir ausgerechnet Copyright. Oder beziehungsweise was anderes. Äh, Westen. 281 baut sich hier. Hat sich jemand gerade was gebaut? Oder wurde gebaut? 281. 281. Es ist egal. Wo genau? Warte mal. Kann man nochmal wieder sagen, warum das hier nicht funktioniert? Meinst du das da vorne? Hashtag rette die Welt. Hashtag rette die Welt. Würde ich gerne... Warum läufst du denn immer schon, eh? Auf mir ist ein Gegner. Auf mir ist ein Gegner. Warum läufst du denn schon? Auf mir ist ein Gegner. Ich wiederhole mich nicht noch einmal. Warum läufst du denn jetzt, statt zu warten? Weil ich den am Reifen will. Das hättest du auch später noch machen können. Boah, ich hab immer dieses... Nicht angreifen, nicht angreifen. Wir bleiben hinten dran. Bis er uns sieht. Okay, der hat uns gesehen, der hat uns gesehen. Ich brauch Pistole... äh... Dings Munition, Dunkelmanition. Ich hab' ihn sehr viel mitgegeben. Der wollte sich da wieder hoch. Warte, warte, warte. Schieß ab, schieß ab. Ich hab' keine Muni mehr. Ich hab' ne. Ich hab' keine Sniper, warte, nun. Bitte schön. Ja, danke. Nein, ich brauch' selber. Da hat uns Kaga ab, Bruder. Nuskaga. Hast du noch ein bisschen mehr Munition? Ja, warte. Ja, warte. Ich hab' Angst, selber finde ich aber hier. Danke. Ich hab' den Sniper gehabt, geil. Leute, er ist ja zu tief. Ich hab' nur gedacht. Ihr seid die Besten. Ah, jetzt. Hey, Leute, gerne könnt ihr ein Abo da lassen und wir ihn nicht vergessen. Nur nach Wahl und der die meisten Coins hat kein Spaß gewinnen. Warte mal, wer hat gesagt, ihr seid die Besten? Danke, Bot. Mein Bot? Oh Mann, ich hab' gedacht, das hat ein Zuschauer gesagt. Ich hab' ... Tja. Wir sind nicht die Besten. Das ist ein Pupser. Mach' ein Pupser. Hast du die RPG? Nein. Ihr seid die Besten. Du hast die RPG? Nein. Du hast doch die RPG, ich hab's gesehen. Ach, Paule Papp. Meine Muni, meine Küste. Ausbildungszeichen. Coins, ihr seid auch die Besten. Danke. Brauchst du die Muni, sorry. Ja, was soll ich sagen, ich hab' fast keine Muni mehr, eh. Und er sagt, alles klar, ihr braucht die Muni. Wie viel, was, äh, wie viel, äh, äh, Ding, äh, 16 Muni hast du? 15? Nein, 25. Ja, und dann sagt er, ich brauch' die. Alles klar, Bruder. Alles klar. Alles klar. Was, bei 25? Ich brauch' die auch, ich hab' 54 mit einer SCAR. Hier, hier, nimm, hier. Ja, gleich, ganz ruhig, warte. Ausrufezeichen. Ja, bleib doch mal ganz ruhig. Ihr Lieb, 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 ihr Lieb. Hast du das ausgeschaltet? Ja, komm mal her zu mir. Was hab' ich ausgeschaltet? Nee. Warte mal, warte mal. Was denn? Stell' dich mal so schräg da gegenüber. Geier. Du musst noch weiter dichter. Du musst hier so hin, hier so, 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 so. Fertig? Ah, nee. Ausrufezeichen. Mach. Ja, warte. Ich hoffe, es geht. Nö. Warte. Gehen wir noch ein Stück rüber. Noch einen? Genau. Ich probier' jetzt noch mal. Wow. Du musst... Weißt du, wie du machen musst? Wir müssen auf drei zählen, dann muss ich hoch springen. Warte, 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 warte. Nicht. Wir brauchen höher. Geht nicht. Hm. So, wir machen auf jeden Fall. So, pass auf. Drei. Drei. Eins. Go. Nein. Ich zähle. Zwei. Zwei. Go. Wow. Ich sag' go. Ich hab' nur einen Schuss. Ja, egal. Ich hab' dir zu machen, so'n Geld sieht man nicht. Du musst auch noch was hinbauen. Bei dir. Ich hab' kein Ding noch. Ich hab' dir noch mal. Gut. Drei. Zwei. Eins. Okay, es funktioniert nicht. Scheiße. Digga, das ist so schwer. Egal, komm. Warte mal, Hamza. Probier jetzt. Probier jetzt bitte noch mal. Bleib' dich klein. Wir sind halt auch wohl schwer. Bei meinem Ding. Da ist immer frech zu mir. Der ist immer frech zu mir. Der ist immer frech zu mir. Der ist immer frech zu mir. Ja. Gezeichen. Ich suche gleich. Ich bring gleich meine Hand auf. Nein. Die Hand. Was für eine Hand. Die du nicht hast. Oh mein Gott, hab' ich dich gerade gewöhnt. Was war das für ein goldenes Art Item? Was war das? Geh weg. Ich kenn' dich nicht. Ich kenn' dich nicht. Hihihi. 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 Warte boh. Er benutzt. Nein, Boah. Ich kenn' dich nicht. Wollt ihr was geiles? Guck dir mich mal an. Geht immer noch nicht. Geht immer noch nicht, Hamza. Warte mal, Hamza, ich disconnecte nochmal Und dann war ich nochmal neu Weißt du, was mir gerade auffällt? Na? Wird nicht, OLT, musst du warten Ja, stimmt, vielleicht musst du warten So, ich disconnecte jetzt nochmal Ich habe schon meinen epischen Sieg geholt Ich dachte, her und her für kackte Leute Ich habe mich geimpft Bleib stehen, bleib stehen Hinter dir ist Gegner Da sind gerade Gegner rumgesprungen Wo hinter mir? Auf 30 30? Ja, auf 30 Ach da, ich geh im Busch Bleib du, wo du bist, bleib du, wo du bist So, jetzt probier jetzt bitte nochmal Hamza Da unten sind sie, da unten sind sie Bleib doch hier bei mir Und dann ist er tot hier Ich bin alleine Und hole dir epischen Sieg Weißt du So, erstmal Minikuchen essen Ausrufezeichen Coin Aber wenn nicht, musst du erst bisschen warten Scheiße, ich werde gehedet Ja, komm her Ja, ich komm, wenn er mich nicht kriegt Und er hat mir Guten Appetit Danke Bleib, bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg Bleib weg von mir Weil ich glaub, der will mich cash holen Beziehungsweise sobald du mich heilst Ich versuch zu dir zu krabbeln Bleib, wo du bist Wo ist denn der hier Ich habe Verbände hier unten Wo Hat der geschmissen Wo Unten Wo unten Ah da Nein Lass in der Zone Ja, gleich was schaffen Oh, geil Der hat zwar belecker Nice Du hast neidbar nachladen Ich habe ihn gehedet, ne Naja, dann Komm in der Zone Ja, ich komm jetzt Gut Oh mein Gott Ich habe aber schon einen Kill Gute ist Du bist ein Busch Ich gehe in den Busch Hier vor dir In den Busch gehe ich Geh du weiter weg Geh du weiter weg Sonst ist es auffällig Wenn du so Ja, dort unten Ja, geil Siehst du mich? Ähm Ja Wie geht es euch denn so? Mir geht es sehr gut Danke deiner Nachfrage Wie geht es selbst? Mal wieder Oh, hier sieht man Ich gehe kurz hier auf Weiß was? Du bist ja ein Busch, gell Weiß was? Dann gehe ich kart hier in die Hütte Wie du bist der denn eh Wer denn? Guck mal, Norden Geht bisschen Bauchschmerzen bekommen, weil er zu schnell gegessen hat Oh 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 Nein Das ist dein Herr Fuuuuck Du weißt schon wie die wollen Dann in the sky Leid wo du bist einfach. Wenn ich sterb, sterb ich. Die werden gerade gepostet. So ein perfekter. Als wenn die mit uns team würden, ne? So, die pushen uns, während du mich heilst. Wir gehen gleich direkt in zu dir weg. Ne, ne, mach du mal. Hey, von wo, Mann? Von unten. Mein Gott, Alter. Das neigt an mich wie so ein kleiner Idiot. Oder ich stehe hinter dem Boss. Ey, wie geil das ist. Nein, okay. Jetzt hat er mich. Schade, schade. Geht, bisschen Bauschwitzen. So, bin ich jetzt eingeschritten. Ja. Ich weiß nicht, warte mal, was hat er? Whatsapp? Er hat noch nichts gesantwortet. Er hat noch nichts gesantwortet. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ey Leute, sorry, wenn ich das jetzt mal so raushaue, aber ähm, solche männliche Figur, die will ich leider nicht sein, also das ist mir ein bisschen zu ekelhaft. So. Wo war die Mons? Der mit dem Kinder ist gerade heroben. Was? Warum? Weil ich heroben war. Oh Mann. Ich. Ich glaube, ich, wie jemand zuguckt, weil ich heiß bin. Weil du heiße bist? Ja. Mhm. Ja, ich glaube, ich werde den erstmal auch und dann festzumme ich heute Abend nochmal. Sorry. Okay. Mhm. Mhm. Okay.